Ein eigener Garten mit Feuerstelle und Häuschen. Hier wird auch außerhalb des normalen Unterrichts was geboten. Die Freiherr vom Steinschule in Neumünster zeigt, dass ihr die Schülerinnen und Schüler am Herzen liegen. Sie gibt allen Schülern eine Chance und hat ein stimmiges Konzept des individuellen und gemeinschaftlichen Lernens entwickelt. Mit Beharrlichkeit, Leidenschaft und Ideenreichtum bemüht sich die Schule, um nichts weniger als sich selbst neu zu erfinden. Untertitelung des ZDF, 2020